Hi, mein Name ist Philipp und heute darf ich euch wieder die Kulissen des Lab mitnehmen. Zu Beginn der Corona-Pandemie mussten wir unsere Workshops auf Online-Formate umstellen. Eines dieser Formate ist der Remote Design Sprint. Dafür haben wir auch ein Streaming-Studio aufgebaut und dahin möchte ich jetzt euch einmal gerne mitnehmen. Wir produzieren unsere Workshops wie in einem kleinen Fernsehstudio und dazu haben wir vier HD-Kameras, einen Teleprompter, unser Online-Whiteboard und eine Live-Region, in der alle Fäden zusammenwachsen. Im Design Sprint entwickeln wir in vier Halbtägen Workshops aus Wagen-Ideen konkrete Lösungen. Dazu bauen wir einen Prototypen, den wir im Anschluss mit echten Nutzern testen. Mit InfraServe Logistics haben wir eine App zur Abfahrtskontrolle gebaut, zu der möchten euch jetzt Markus und Thomas etwas mehr sagen. Hallo, ich bin der Thomas, bin Fahrer hier bei der InfraServe Logistics und bin seit 32 Jahren schon hier dabei. Ich bin der Markus, bin seit 2018 hier dabei, Januar 2018 und auch als Fahrer bei der InfraServe Logistics. Wir haben im Online-Workshop eine App entwickelt für unsere Fahrer. Dabei haben wir mit dem Lab zusammengearbeitet. Wir haben wie in einem Workshop, der normalerweise live stattfindet, den haben wir online gemacht und haben dort auch Post-its geklebt und Skizzen drunter gezeichnet, sodass halt jeder, der in diesem Workshop teilgenommen hat online, auch gesehen hat, die Gedanken von den einzelnen Online-Mitgliedern. Am Anfang war es schon schwierig, da klar zu kommen, aber im Hintergrund war die Julia aus dem Lab, die hat mir dann sehr gut geholfen, dass ich klarkam, ohne sie wäre ich ziemlich aufgeschmissen. Ob das Fahrer waren, ob das Leute von der Disco waren, vom Fleet waren, also es war von jeder Strukturierung jemand mit dabei, um halt wirklich gemeinsam was zu entwickeln, als wie wenn man irgendwas vorgeschrieben oder vorgelegt kriegt. Also ziemlich Leute aus der Praxis, das fand ich gut und deshalb wird das Ergebnis gut sein. Das weiß ich, die Oberfläche, die App wird gut sein, weil nicht nur Theoretiker, sondern wir auch dabei waren. Mein Name ist Bernd Köster, Bereichsleiter bei der InfraServe Logistics für den Bereich Transporte und Logistics Site Services. Wir haben uns der Herausforderung gestellt, die Abfahrtskontrolle für unsere Mitarbeiter sinnvoller zu gestalten, weil es ein immer wiederkehrender Prozess in unserem Arbeitsalltag darstellt. So gut gemacht im Design Sprint war, wenige Mitarbeiter erzielen in vier Workshops ein Ergebnis, was man im Anschluss auch den anderen Mitarbeitern vorstellen und präsentieren kann, wie zukünftige Prozesse durch die IT- unterstützt in unserer Firma laufen können. Feedback zum Design Sprint war, die Mitarbeiter waren genauso skeptisch wie ich am Anfang. Sie fanden das Format sehr gut, weil sie waren am Prozess und vor allen Dingen an der Entwicklung von A bis Z beteiligt. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, schreibt uns eine E-Mail oder ruft uns einfach an. Wir freuen uns auf eure Ideen. Steigt. Offen